Liebe Freunde und Freunde, vor uns liegt eine Wahl, bei der es um extrem viel geht. Die Spaltung unserer Gesellschaft nimmt zu. Die Gewalt gegen Minderheiten steigt. Die ökologische Frage wird erneut an den Rand gedrängt. Umso wichtiger ist, dass wir stehen – als Verteidiger der weltoffenen Gesellschaft, als Kämpfer für ein gerechteres Land, als entschieden pro-europäische Partei. Ich will nicht dem Mainstream hinterherlaufen, nur um in der Mitte zu sein. Den Status quo verwalten, das können auch andere. Ich will weiter für echte Veränderungen kämpfen. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Klimakrise abbekommt. Und wir sind die letzte Generation, die wirklich etwas dagegen tun kann. Energiewende, Kohleausstieg, Agrarwende, eine zukunftsfähige Mobilität – dafür stehe ich. Hier müssen wir ansetzen, um mehr Menschen für uns zu begeistern. Ich will die Welt zusammen mit euch grüner und gerechter machen. Mit mehr Geld für Kitas, Schulen und Unis, mit gleichen Löhnen für Männer und Frauen und mit einer gerechten Vermögensbesteuerung. Ich will mit euch bei der Bundestagswahl nicht nur um mehr stimmen, sondern für einen echten Politikwechsel kämpfen. Und dafür bitte ich euch um eure Unterstützung. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit. Wie machen wir die Nachricht? Eine neue Kontrolle. Sie fahren die Zukunft und am Ende. Ich bin die Nachricht. Vielen Dank.